Das Laub ist relativ dick und das heißt immer, dass sie gegen Krankheiten recht gesund, also resistent, sagt man da ein richtiger Ausdruck ist resistent. Und das heißt nicht meldaunfällig, das heißt doch passen zu einem festen Ausdruck von der Qualität her. Das ist auch schön, das ist wie Jubiläte Prinz Monaco. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.